Spielzeug Wunderland Mein neuer Gast ruht sich etwas aus. Hallo Freunde, willkommen in meinem Hotel. So, kommt Kinder. Ich schlafe im großen Bett. Nein, ich. Wir kommen Mama. Hallo Barbie, wie kann ich dir helfen? Ich hatte eine Reservierung gemacht, für mich und meine Kinder. Für heute? Sicher? Ich glaube, ich habe dich für morgen eingetragen. Ähm, Moment mal. Oh oh. Ist unser Zimmer fertig? Äh, nein, nicht wirklich Barbie. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Datum durcheinander gebracht. Ich habe nur ein Zimmer. Das habe ich aber schon an jemanden anders vermietet. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Hm. Wie jetzt? Können wir etwa nicht hierbleiben? Oh Mann. Und letzte Woche konnten wir nicht zelten gehen. Hm. Der Campingurlaub ist auch ins Wasser gefallen. Oh Mann. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich möchte hierbleiben. Ah, beruhigt euch Kinder. Äh, Nicole, was machen wir denn jetzt? Ähm, ich habe zufällig gehört, dass ihr letzte Woche zelten gehen wolltet. Das aber nicht geklappt hat. Ich habe ein ganz tolles Zelt. Wenn ihr wollt, kann ich das aufbauen. Dann könnt ihr ja eine Nacht im Zelt bleiben. Und ab morgen könnt ihr dann ins Zimmer. Äh, wäre das eine Option für euch? Oh ja, Mama. Können wir im Zelt schlafen? Bitte, bitte. Ja, Mama. Wir wollen zelten, zelten, zelten. Also gut. Wie es aussieht, freuen sich die Kinder darüber. Jippuuu. Prima. Ich baue euer Zelt gleich auf. Ah, ich sehe gerade, das ist ein kleines Zelt. Aber ich habe zum Glück auch noch ein großes. Ich lege es mit einer Decke aus. Kissen und zudecken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr heute Abend am Lagerfeuer Marshmallows grillen. Juhu. Das wird ein toller Urlaub. Ja. Danke, Nicole. Du hast den Kindern eine Freude gemacht. Äh, ja. Ich bin auch froh, dass die ganze Sache doch noch gut ausgegangen ist. Tschüss.